Und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League. Dies ist unsere dritte und zweite Folge. Und ja, ich habe, wie wir gemerkt haben, macht es euch anscheinend auch Spaß, um zuzugucken. Und ja, dann geht es jetzt auch schon wieder los. Hast du? Ja. So, ja, nice. Ah, das ist die neue Map. Komm, mach ihn. Ah, schade, egal. Ey, warte, spring noch mal rein. Du hast kein Nito. Du hast kein Nito, Lixirin. Jetzt erst. Ja, nimm, nimm, nimm. Oh, schade. Egal. Komm, hol das Lasso. Oh, Digga. Ja, ist ein Schlagerfan, tut mir leid. Ich wollte gerade anfangen zu sehen, weißt du? Da habe ich gemerkt, wir sind in der Aufnahme. Oh, Mann. Egal, 1-0. Kontos sind so eine typischen Menschen, die keine Ahnung haben, um X zu drücken. Okay, das ist wieder. Du. Das war. Ich meine, wie geht es dir denn so heute? Hast du gut geschlafen? Ich habe bis jetzt noch nicht geschlafen. Naja. Nein, ich war zu schnell. Fange auf, wenn man schon, dass man ihn nicht gesehen hat. Ja, bei mir sieht man es natürlich in der Nahaufnahme, wie ich den Ball verfehlt habe. Das schneide ich raus, ganz ehrlich. Ich mache keine Fehler. Wenn man dann das tolle Video sehen will, guck da bitte beim Regan-Slaver vorbei. Oh, nein! Und bei mir hat man so schön gesehen, gerade ich hier, Steffen, ein schönes Eck-Tor. Ja, ich habe ihn einfach noch probiert, irgendwie übers Tor zu lenken, aber ich habe es leider nicht geschafft. Es tut mir leid, ich habe versackt. Okay, nicht los. Nein, 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 nein. Alter, okay, du kommt auch mal. Ähm, dazu glaube ich, mein Leid der Nichts. Es gibt so Momente, wo man einfach nichts lassen sollte. Nein. Ich habe keinen Gehör. Der Vichy, 25, ist dabei. Ich habe wieder kein Nitro. Oh, ich habe zu viel Freude ganz vor heute hier. Ich war sogar mit, oder? Ich war genau hinter dir. Oh, nee, den kriege ich nicht. Oh, ich habe kein Nitro. Wow. Wow. Schön, was geht denn? Nein. Ich habe mich nicht getroffen. Schießen raus, einfach nur raus. Oh, ein Nitro? Jetzt nicht nachher. Ja, du hast doch jetzt da. Schön. Ich habe wieder kein Nitro. Ja, warte. Er kommt. Los, das Tor ist leer. Ja, nice. Das musst du dir mal angucken, Alter. Wie ich ihn da wegkicke und du ihn dann einfach reinmachst, ja. Jetzt hier gucke. Man sieht so, pfff. Ja, es war halt Teamarbeit, würde ich mal sagen. Oh, nee, den kriege ich nicht. Oh, Gott. Oh, nee, scheiße. Lass ihn. Gut. Warte, ich bin gegen den. Ja, ich lass ihn. Oh, oh. Oh, Alter. Oh, Alter, der hat sich wird drauf geschossen. Ey, wer der reingegang. Das war so ein schönes Beton. Nein, unser Tor ist leer. Nein. Nein. Und ich, diesmal würde ich mal jetzt ins Tor reinmachen. Ja, TG würde ich sagen, in der Stelle. Ja, ich habe ja nicht genug Tor. Ja, mein 16er P. Das habe ich auch nie in der Woche geteilt. Ja, Hacker, wie vorhin war. Ja. Ja, wir hatten vorhin einen Hacker. Wahrscheinlich werde ich das nochmal nachfilmen. Ähm, da war er der Meinung, die ganzen Slow-Motions zu machen. Und es in einer Szene, die man leider nicht sah, in der Aufnahme, äh, hat er Spikes gehabt. Und bei Steffen, war das so, also bei Steffen, war das so, dass, äh, dass er, äh, eingefroren war. Und, dass er auch einmal teleportiert wurde. Das wurde leider nicht gezeigt. Wir haben ihn zwar reportet, aber die, die wir in anderen Spielen über das, die Report springen kann. Ja, das ist kein Druckmittel gegen einen Hacker. Ja, ich report dich. Und wenn man ein Exploitte, muss man immer Sorry schreiben, weil dann reportet man ein, weil dann schon immer verschwungen, und dann muss es trotzdem können, weil es trotzdem einmal nicht möglich ist. Komm, der geht. Bitte. Nicht. Nein. Och Mann, warum kann er den nicht einmal durchlassen? Du bist doch für mich. Oh nein. Oh nein. Geht schon wieder. Nein. Komm, wenigstens noch einen Ehrentreffer. Alter. Ich hab ihn extra abgewartet. Vorlage. Ja, ja, Vorlage. Mitte, wa? Danke. Ja, GG. Jäger, wir können es noch schaffen. Wir können es noch schaffen. Alter, guck sie mal, wie böse das Tor. Ja, ich hab erst gewartet, auf wie ich den nehme, und dann kommst du wieder und plötzlich angeflogen. Da war mir klar, dass ich mich nicht mehr nehmen brauche. Du. Oh, der geht. Der geht sogar. Was? Nein. Mach, 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 mach. Komm, bitte. Oh. Nein. Nein. Was? Alter. Hast du das gesehen? Ja. Nein, ich hab ihn nicht getroffen, den Ball. Oh, nee. Alter. Oh, nein. Das ist ein Moment, Alter. Ja, ja. Er wird zu mir. Digger, guck dir das bei mir an. Ich hab den Ball nur noch selber reingemacht. Ja. Guck bei ihm vorbei, guck bei mir vorbei. Ja, guck genau bei mir. Bei uns wahrscheinlich in der Infobox. Und wie sehen könnt, bin ich der König der Welt. Ich hab die Königskrone bekommen. Ja, danke, dass ich wieder eingeschaltet hab. Und wie immer, lasst den Bewertungen da. Und wenn ihr neu seid auf unserem Kanälen, lasst gerne auch ein Abo da, wenn ihr euch gefallen habt. Danke. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.